So, starten wir natürlich mit etwas, das extrem wichtig ist. Krawatten und Fliegenbinden. Ohne das seid ihr aufgeschmissen. Lernt das wirklich so gut, dass ihr das im Schlaf beherrscht. Die zwei zeigen wir auf jeden Fall einen Forehand-Krawattenknoten. Meine Lieblingsknoten ist der Winster. Ich benutze die auch noch fürs nie. Ich kaufe meistens Kragen, die weit sind meistens Heifischkragen und da passt so ein dick fetter, cooler Winsterknoten perfekt rein. Die Sache ist einfach die, wenn ihr einen Winsterknoten macht, müsst ihr relativ weit runter mit dem fetten Ende oder irgendwas. Meistens gehe ich da bis zum vierten Hemdbinden. Das funktioniert meistens gut. Dann überkreuzen. Jetzt, wenn ihr das Krawattenknoten macht. Ich versuche, wenn ihr den Beiratet schreibt, das ist einfach so einen kleinen Karmel nicht. Und ich was wieder durchsucht, wenn ihr das geschraubt habt. Dann überreißen sie. Also, diese sanfte DECHB-NechEN, wenn ihr das habt, könnt ihr nicht gut wieder sehen, oder? Aber, wenn ihr hier die Sendung ge funktioniert, dann geht das mit dem Video ein. Und dann geht's. Und dann über40 año. Also, wenn ihr das so schnell wiedergeholt habt, um es ganz toll, was ihr da an einem Karmel nicht. Und dann Ich habe diese Schleufe über den Hals und sollte es etwas so aussehen. Ihr habt hier etwas zum Durchknüpfen.